Moin Moin! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anschluss 3. Wir starten in dieser Folge in die Saison und wir spielen gleich am Anfang mal gegen den Hamburger SV. Das dauert aber noch ein paar Wochen. Wie ihr seht, wir haben erstmal einen Familientag, dann noch ein bisschen mehr Zeit. Und dann geht's erst los gegen den Hamburger SV. Da ist noch ein bisschen Zeit. Wir planen davor auch mal ein Vereinsfest an einem Samstag. Das ist sehr gut. Und italienisch essen gehen können wir auch mal. Sonntag, Montag. Da kriegst du was zu haben. Sehr gut. Leichtes Konditionstraining steht diese Woche ein. Das sieht auch sehr gut aus. Dann können wir in einer Woche regenerieren und dann nochmal eine harte Konditionswoche nachschießen. Gut. Ich würd sagen, wir gucken nochmal was diese Woche ansteht. Da sind nämlich drei Vertragsveränderungen. Barrela, Shackle und Pete Cox. Und wir können uns schonmal überlegen, ob wir für Shackle vielleicht noch einen Ersatz herbeizaubern wollen. Verteidiger mindestens 19, 19, 19, 12. Äh, fixer Ablöser mit einem Instrument. Gucken wir mal. Cox kommt ja auf jeden Fall, das wissen wir. Dann bräuchten wir aber trotzdem noch einen zweiten Spiel. Gut. Hervidus. Phil Jones. Ist sehr teuer. Cox. Kevin Wimmer wäre dann wieder eine Option. Ähm. Und alles was irgendwie zweistellig kosten soll, ist keine Option. Naldo wäre dann eine Option, aber da muss ich Shackle eigentlich. Naldo ist zwei Stärkepunkte besser. Das darf man nicht vergessen. Äh, Dante. Mundi. Und dann wird hier gleich noch auftauchen. Fandahorn hatten wir auch schon mal gesehen. Rubokan. Der einmal 10er ist. 32er, also zwei Jahre jünger als Shackle. Und ein Shacklepunkt besser kostet auch eine Million. Das wäre durchaus mit Überlegung wert, wie wir nächste Woche dann angehen könnten. Okay. Bis dahin aber, ähm, Aufstand durch Vortrainer, aktuelles System. Sehr gut. Stärkste Mannschaft ist aufgestellt dadurch. Oop. Was kann man hier noch machen? Eingespielt hat ist 8,7. Na super. Wenn man natürlich ein Freundschaftsschild spielt und nur die B-Elf auflaufen lässt, dann steigt die Eingespieltheit nicht sonderlich. Gegen wen könnten wir am Montag spielen? Zum Beispiel gegen die Borussia aus Mönchengladbach, gegen OGC Nizza. Oder mal gegen den Amateurverein nochmal. Und Ingolstadt möchte unbedingt gegen uns spielen? Mein Gott, dann spielen wir halt mal gegen Ingolstadt. Panocchi hat sich im Training das Fußgelenk gestaucht. Ist ersetzt worden? Kann Vesca dazwürdig spielen? Nein. Guys? Nein. Okay. Dann muss ich halt doch Niedenverteidiger aufstellen. Strandberg kommt. Okay. Soweit so gut. Drei Wochen bei einer Fußgelenkstaubung. Mein Gott. 18.000 Zuschauer sind gekommen und sehen nicht gerade ein Spiel der Superlative bisher. Geldvote Karte für Spinach Zoller nach Buckelei. Das passiert weiter nichts. Das passiert jetzt so. Wenn ein Auto spielen wird, spielt rechts und einmal links. So kann man das natürlich auch machen. Und jetzt drückst du mal Eigner. Da ist. Und ganz so. Und ja. Noch nicht so das super Spiel, aber wenn wir nicht Annahmen würdest gebracht haben, das wird auch mit logischen Eingespieltheit bringen. So. Da wäre Varela unser neuer Zweite Rechtsverteidiger. Neben Vitorini. Wenn ich da hinten angucke, der hat nämlich mittleres Talent. Das ist jetzt 21 Jahre alt. Könnte relativ leicht zum Staffel 10 Spieler ran. Ah. Hier haben wir uns hoch eingestiegen. Hier gehe ich mal ein bisschen runter. Ab sofort anlegen. Los geht's. Ohne zu zucken unterschreibt er und wechselt sofort für 670.000 Euro zu uns. Sehr schön. Im E-Cup spielen Atlético Madrid und der 1. FC Köln 2 zu 2. Neapel schlägt kein Mal mit 6 zu 2. So. E.A. Gengen hat Interesse an Shackle. Und seine Ehefrau sagt, dass sie gerne einen langfristigen Vertrag hätte. Im Moment läuft der Vertrag aus. Wisst ihr was? Es gibt die Möglichkeit diesen Vertrag zu besseren Konditionen für mich zu verlängern. Der Gegner bietet nämlich so wenig. Das probiere ich dann mal aus. Ob sofort alle liegen zum Verein. Mein Gott, ja vielleicht. Hier ist er noch nicht so super pralle. Gut. Dann bietet er noch ein 10er. Sehr viel besser. 450.000 und 9.500 Euro sind die Grenze. Das war es noch nicht. Dann geht hier noch ein Klick hoch. Gut. So. Immer noch nicht. Aha. Der Gegner schlägt aus. Und tatsächlich verlängere ich den Vertrag für weniger Geld als Jason Shackle vorher verdient hat. Sehr gut. Damit machen wir keine neue Baustelle in der Innenverteidigung auf. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Den Frauen und Freundinnen der Spieler gefällt das Vereinsgelände sehr gut. Sie kritisieren aber, dass ihre Männer ihre Schule nicht selber putzen müssen. So. Apropos Baustelle in der Innenverteidigung. Hier würde ich jetzt das Gehalt mal ein bisschen zurückfahren. So ein paar hunderttausend Euro. So. Und dass das Ganze noch ein bisschen besser aussieht. Okay. Drei Jahre Vertrag. Sofort. Option für Spieler. Okay. Lester City steigt aus. Und Pete Cox wechselt für die fixe Ablösesumme von 2,272 Millionen Euro. Sofort. Zum TSV 1860 München. Sehr gut. Damit dürfte die Planung abgeschlossen sein. Köln schlägt Atletico Madrid im Rückspiel mit 1 zu 0. Standard Lüttich setzt sich durch gegen Lanarka. Newcastle setzt sich nicht durch, sondern spielt zwei Mal unentschieden gegen Giannina. Und ist damit ausgeschieden, wenn ich das hier richtig genau habe. Das erste Spiel war Newcastle auswärts. Null Tore. Im Rückspiel war Newcastle dementsprechend zu Hause. Ein Tor vom Gegner. Vorbei. Start Rennen schlägt Sporting Gifon zweimal. Trabzonspor verliert 2 zu 3 im Rückspiel gegen Hull City. Die dann aber kein Auswärtstor geschossen haben. Trabzonspor dafür 2. Das ist vorbei. Und Kalmar betrennt sich 2 zu 2 im Rückspiel. Sehr gut. Niemand hat das Interesse an Perle da. Es bleibt dabei. Wir könnten noch von dem, was ich mit dem Auro investieren. Können wir aber nicht. Piet Cox kann gerne die 17 kriegen. Das ist gut. In Varela die 25. Cox ist dann auch direkt in der Elf. Bis so lange der Machia verletzt ist. Der aber bis zum Spiel gegen den HSV wieder fit sein sollte. So. Geist kommt statt Wesker rein. Und ansonsten kommt Arnautovic nach links. Und Aigner nach rechts würde ich sagen. Da kann im Heimlich sicherlich auch mal links nach rechts. Da kann man sehr gut durchtauschen. Das passt alles. Den besuche ich. Diese Woche steht an. Vielleicht mal kein Freundschaftsspiel. Wenn wir auf Regeneration setzen. Können wir tatsächlich so machen. Die frische Seite ist noch relativ hoch dafür. Na gut. Aber die wird noch weiter absinken. Wenn jede Woche ein Spiel ist. Mir sitzt bei den Finanzen mit Zuschauereinnahmen aus Freundschaftsspielen raus. 820.000. Das ist völlig im geplanten Rahmen. Dauerkarten verkauft bisher. Für 4,5 Millionen Euro. 13.000 Dauerkarten. Das gefällt mir gut. Wisst ihr was? Dann kannst du auch jetzt gleich weitergehen. Andrea Ranocchia findet es toll. Da sind wir auch die verletzten Spielerkörper. Die Kümmerzung geht ein bisschen zurück. Frische geht dafür deutlich hoch. Champions League Qualifikation. Einmal zum Anschauen. Ohne Kommentare. Ein Mauersberg hat sich im Training einen Inbandanriss zugezogen. Das ist schlecht. Und mein neuer Torwart Drangowski lässt in einem Trainingsspiel drei Bälle hintereinander durch die Beine rutschen. Er verliert vier Motivationspunkte und die anderen Spieler lachen schon. Naja gut. Liga Pokal. Bei Leverkusen Borussia Mönchengladbach 3 zu 5 nach Elfmeterschießen. Ja. Der BSC schlägt den ersten FSV Mainz mit 1 zu 0. Pertedei ist immer noch uninteressant für alle Vereine. Ihr Spieler Beobachter ist aus Südamerika zurückgekehrt. Er hat mit Philippe Oskar Vianer, Likers-Mittelfeld-Basilianer, ablöse 5,6 Millionen Euro einen sehr talentierten Spieler gefunden. Wollen Sie mit dem Spieler einen Verhandlungstermin vereinbaren? Ja. Würde ich gerne. Gern am Donnerstag, dass ich bis dahin mal meine Finanzen checken kann. Im Moment habe ich 22 Millionen Euro auf der Rundkante. Das ist gut. Ich habe von den 6 Millionen, die ich ausgeben wollte, 4 Millionen ausgegeben, aber auch 3,4 Millionen reingekriegt. Also sagen wir mal, weil es hier 4,3 und hier 3,4 sind, habe ich hier eine Million ausgegeben, wären noch 5 Millionen frei. Das würde für den Spieler passen. Okay. Warten wir mal den Donnerstag ab. Gerade im linken Mittelfeld brauche ich eigentlich keinen Spieler mehr. Es sei denn, der ist weitflüssig. Dann gucken wir mal. Okay. Hier sollten nicht alle Spieler das gleiche laden. Zweikampfstärke mit Verteidiger hätte ja auch durchaus seine Daseinsberechtigung. Ansonsten kann Heimweg bald bleiben. Das ist ganz gut. Und wir starten in die nächste Woche mit einem letzten Freundschaftsspiel würde ich sagen. Am Mittwoch könnten wir gegen die abgestiegenen Hoffenheimer antreten auswärts. Oder gegen die aufgestiegenen Fortuna Köln, die mich auch mal als Trainer verpflichten wollten. Nein, das war Viktoria Köln, nicht Fortuna Köln. Eigentlich spielen wir jedes Jahr gegen Darmstadt, dann machen wir das dieses Jahr wieder. Gut. Gut. Das Essen beim Italiener war wie immer sehr lecker aus dem Vertrag. Sie sehen Rodney und Sascha Mölders wieder. David De Gea vom Arsenal FC verpflichtet. 43,42 Millionen Euro gehen bei Manchester United. Ob das jetzt der realistischste aller Transfers war, ich weiß es nicht. Gut. Gegen Darmstadt darf Strandpack auf die Bank. Lorela ist dabei. Hat überhaupt keine Frische, wenn man. Okay. Bifuma trifft nach 5. Minute. 2.1.0. Sehr schön. Im kurz vor Ende des Spiels werde ich die Szenenhäufigkeit wieder hochdähen. So, Rieber Mahl geht und Rosina kommt. Mautovic geht, Heinrich kommt. Varela kann auch für eine Halbzeit kommen. Wir sehen das nächste Mal. Piano Varela trifft sofort nach 2 Minuten für seinen neuen Verein. Das ist natürlich so schlimm. Vielleicht auch gelb wegen eines harmlosen V-Spiels. Gut. Cox kann raus. Strandpack kann kommen. Und dann kann ich noch Glamso und Wesker bringen. Alles gut. Talgowski kommt auch. Berserk trifft. Und ich drehe die Häufigkeit wieder hoch. Machen 3 zu 2 und 3 zu 3 in der gleichen Minute. Das Spiel geht richtig ab. 7 zu 5 Chancen. Und die nächste Chance für die Darmstädter. Spielt nach rechts hinaus. Gertner weiß nicht so recht, was er machen soll. Läuft in die Mitte. Passt direkt vor den Strafraum. Wurfler sieht kein Durchkommen. Spielt zurück. Gertner marschiert nach vorne. Nehmt den Ball mit. Spielt sofort schnell in den Strafraum. Kein Abseits. Aber die Linke nimmt die Farbe. Und noch ein Eckball für die Darmstädter. Drogowski packt sich den Ball. Eckball von der linken Seite für Darmstadt. Kleiner Sorge kommt gegen Shekel zum Kopf bei Tor. Da gewinnen die Darmstädter das Spiel noch in der letzten Minute. Was für ein Freundschaftsspiel. So hat man das so gerne. Champions League fallig. FC Barcelona schlägt Starbeck im Football mit 1 zu 0 nach 2 zu 2 im Hinspiel. Gladbach setzt sich gegen Boros durch. Panathinaikos verliert zweimal gegen Manchester United. Florenz setzt sich durch. Olympique Lyon gewinnt zweimal. Ratniki Niets aus Serbien setzt sich zweimal gegen Samara aus Russland durch. Sevilla kommt weiter. Die Hertha kommt auch weiter. Leicester City kommt weiter. Sporting Braga scheidet aus gegen Hidup Split. Alexandria schlägt Rapid Wien. Ostende verliert gegen Basaksehir. Das war jetzt sicherlich nicht gut türkisch ausgesprochen. Aber türkisch kann ich nicht mal einen einzigen Buchstaben. Und ja, jetzt könnt ihr keine Witze über sie machen. Slovan Leveretsch schlägt Odense. Lausanne Sporre verliert im Rückspiel 0 zu 3 gegen K.A. Bent. Und damit ist das 2 zu 0 aus dem Grundspiel nicht gut genug. Die Grasappers aus Zürich kommen weiter gegen Malmö. Und Fente Enschede schlägt den FC Utrecht in einem niederländischen Duell. Die Champions League Gruppen lauten also. Gruppe 1 Leicester City FC Valencia. Wiedipol bei Sachsehir. Ob das jetzt besser war als eben, weiß ich nicht. Zähne National aus Portugal. Gruppe 2 Borussia Dortmund, Malaga, Lokomotiv Moskau und Alexandria. In Gruppe 3 Bournemouth, Monaco, Sassolo und K.A.A. Gent. In Gruppe 4 treffen wir aufeinander Bayern Leverkusen, Ascentia, Schachter Donetsch und Slovan Liberec. In Gruppe 5 Menuh, Hertha, Spartak Moskau und Miki Nies. Vielleicht auch an Nitzke, wer weiß. Gruppe 6 Manchester City FC Sevilla, Galatasaray und Grashopper Zürich. Gruppe 7 Borussia Mönchengladbach, Barcelona, Inter Mailand, Twente Enschede. Gruppe 8 Liverpool, Olympique Lyon, Aziflorenz und Heiduk Split. Neuhaus hat sich im Training die Sinusmose gerissen, das ist ganz schön. Und hier ist Spieler Oskar Vianna, der nicht besonders stark sein wird für 5 Millionen, wenn er nur 130.000 Euro haben möchte. Oder vielleicht will er auch mehr als 130.000 Euro. Gucken wir mal. Fünf Jahre Vertrag, beidfüßig linkes Mittelfeld, das heißt wir können ihn auch im rechten Mittelfeld einsetzen. Das ist gut. Können wir Stürmer spielen zufällig? Nein. Macht aber auch nichts. Wir trainieren uns an. Fünf Jahre Vertrag. Ist in Ordnung. Und zwar 25 und sein Talent ist quasi ausgelaufen. Ich probiere es mal mit 200.000 Euro. 3.000 Euro Auflaufprämie. Keine Ausstiegsklausel. Alle liegen ab sofort an der Option für den Verein. Ich verpflichte ich nicht als Ergänzungsspieler. Das findet er total scheiße, also nicht für Ergänzungsspieler. Das heißt, der Spieler könnte sogar, wenn er es richtig scheiße findet, eigentlich ein sehr, sehr starker Spieler sein. Gucken wir mal. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich übertreibe hier jetzt nicht. Aha. Philippio Oskar Vianer ist sich mit ihm über einen sofortigen Wechsel einig. Gucken wir mal, was wir jetzt kriegen. Bei 15.655 Karten stoppt der Dauerkartenverkauf. Und das Vereinsfest war ein voller Erfolg. Die Stimmung in der Mannschaft hat sich verbessert. Hertha schlägt Schalke im Liga-Pokal mit 9 zu 8 nach Elfmeterschießen. Dortmund hat die andere Borussia aus Mönchengladbach mit 1 zu 0 besiegt. Das Finale heißt also Borussia Dortmund gegen Hertha BSC Berlin. Hier die Beine in der Europa League Qualifikation. Der ist der FC Köln. Der trifft auf Standard Lüttich. Der ist da drin auf Giannina. Und Neapel auf Trabzonspor. Und jetzt geht es gleich endlich, möchte ich sagen, in das 1. Ligaspiel. Jetzt bin ich erstmal noch gespannt darauf. Ich habe den Rekord für den größten Einkauf an den Spielers verbessert. Die Nummer 34 ist wirklich nicht mehr viel frei. Die Nummer 27 erhalten wird. Und nicht mal auf die Ersatzbank kommt. Das hätte ich mir mal mehr gedacht. Aber er hat immerhin Stärke 5. Damit war er dann doch relativ teuer. Wird eben 20.000 Euro und 50.000 Euro Auflaufen nehmen. Andererseits hat er alle Anlagen um ein ganz ganz großer zu werden. Wir müssen ihn nur oft genug einsetzen. Probieren wir mal, was dabei so rauskommt. So, Ranocchio und Cox können spielen. Ranocchio und der Kapitän, der wieder fit ist. Ich hoffe, er wird richtig fit zum Spielen. Wir werden es ausfüllen. Okay. Dann machen wir einfach mal weiter. Und starten gleich in die letzte Woche. Auf geht's. Es geht. Ich glaube, es ist alles soweit gemacht. Ich könnte noch einmal von Nokia ein zweites Mal besuchen. Ich könnte Mausberger besuchen. Ich könnte Neuhaus besuchen. Und dann geht es los in die letzte Woche. Andrea Ranocchio findet es toll, dass ich mich um die verletzten Spieler komme. Und ein Teil meines Feindsgeländs wird fertiggestellt. Sprich, die Verkaufshütten für die... Wie heißt denn sowas? Eintrittsfaden. Sie besuchen ihren verletzten Spieler Florian Neuhaus. Sie findet es toll, dass sie sich auch um die verletzten Spieler kommen. Aha. Unsinn. Borussia Dortmund schlägt Hertha BSC im Europapokalfinale mit 3 zu 0. Da haben wir es vollkommen doch relativ viele Spieler. Da war ein Nebenverteidiger auf der Bank. Ein Stürmer. Linkes Mittelfeld. Offensiv ist defensiv. Rechtsverteidiger. Eigentlich sieht das ganz gut aus hier. Können wir eigentlich auch zufällig links spielen? Nein. Gut. Ich werde hier angetrillert. Kostik spielt auf rechts. Obwohl er ein Gegenspielen könnte. Nur gut. So soll meine Mannschaft für das erste Spiel aussehen. Motivation. Der Abstiegskrampf hat begangen... Nein! Scherz! Schauen wir mal. Ich würde sagen... Da erwarte ich höchste Konzentration. Die sind gleichwertig. Heute kann der kleinste, aber auch der minimal kleinste Fehler das Spiel entscheiden. Bitte seid hellwach! Sie blicken in Gesichter, die bereit sind, alles zu geben. Sie blicken in Gesichter, die bereit sind, alles zu geben. Und Stefan Aigner trifft. Und Stefan Aigner trifft in der dritten Minute. In seinem ersten Saisontal 2-0. Wir übernehmen die Tabellenführung. Bittek lässt sich den Ball für den Grund wegspitzen. Eckball für den HSV. Nee, in der nächsten Minute. Ranocchia begreift im letzten Moment, was Jung plant. Kann es nicht mehr verhindern. Der doch irgendwie so passt so genau. Und die Verteidigung kann klären. Sehr gut. Sind die Hamburger hier, die Schwaben oder die Münchner? Irgendwo sind überall Schwaben. 2-0 durch Maximilian Wicklack. Erste Saisontal. Eckball von 1860. Bedeckt sich den Ball hart an den 5-Meter-Raum. Arno Nautovic kommt irgendwie mit dem Kopf an den Ball. Lenkt ihn Richtung Tor. Martenia fängt den Ball sicher an. Ansonsten, man sieht das Ganze schon ganz gut aus. Verteidig wird von mir gelobt. Sehr gut. Aigner ist auch sehr gut drauf. Aber es ist nicht so. Die Aufstellung gucke ich nur weiter an. Hier ist nur Arno Nautovic nicht besonders gut drauf. Ich würde sagen, Spieler loben. So wünscht man sich doch nun wieder ein Stieg in die erste Bundesliga. Überzeugend. Ganz überzeugende Leistung. Super. Richtig. So ist es. 3-0. Emilio San Fernandes mit seinem ersten Saisontor. Es läuft einfach. Der HSV geht hier baden. Gut. Dann können wir als Kräfte schonen. Und zum Beispiel Liebermar gegen Usina. Spielpraxis für Mitspieler. Super. Das glaubt er mir am ersten Spieltag, weil Usina noch kein Pflichtspiel gemacht hat. Hervorragend. Danke. Und Heinrich für Arno Nautovic. Heinrich hört sich kostisch aus. Spielen geht dann vorbei. Stoppt den Ball. Stürmt los in den Strafraum. Spielt zur Torauslinie. Kein Abseits. Usina holt immer einen Eckball heraus. Den bringt Wittek. Wer auch sonst. Bringt noch einmal freundlich zu den Fans. Schlägt den Ball hoch in den Strafraum. Keiner kommt heran. Und der Ball landet im Seidenmaß. Und gut. Kann ja nicht alles klappen. Das klappt schon mehr als genug hier. Ranottia war lange verletzt. Ich bringe Sheckle auf ihn. Fernandes als Kapitän. Und wir gewinnen das Spiel mit 3-0. Und übernehmen direkt die Tabellenführung. So lobt man sich das doch. Sehr schön. Stefan Aigner. Maximilian Wittek und Edemilson Fernandes mit den Toren. Letzterer ist auch Spieler des Spiels. Das immer in Minute 4. Na ja verdient. Bei 2-7 Chancen und 13-0 Toren finde ich das eigentlich besser als nur. Na ja. Aber okay. Bezahlte Premium bei mir 248.600 Euro. Das ist eine ganze Menge. Aber ich hoffe die Heimprofile werden das alles wieder reinbringen. gut. Die weiteren Ergebnisse sind. Buse Dortmund Eintracht Frankfurt 2-2. Das 0-3 des HSV zu Hause gegen 1860 haben wir gerade gesehen. Hertha verliert gegen Leipzig 1-2. Köln Gladbach 0-0. Ingolstadt Augsburg 1-0. Mainz gegen Werder 1-1. KSC schlägt St. Pauli mit 1-0. Bayern München gegen Schalke 1-1. Und Leverkusen gegen Wolfsburg 1-2. Und Torschützen sind unsere drei Jungs dabei. Guerreiro von Dortmund auf Platz 1. Aigner auf Platz 1 der Scala-Liste. Und von uns sind Domnesch, Wittek, Fernandes und Aigner in der Elf des Tages. Das erste Spiel ist nun ja heilig überstanden. War das nun schon ihre Stammformation in diesem Jahr? Es sind eine ganze Reihe von Leuten in meinem Kader, die nicht oder nicht viel schlechter sind, als die, die heute gespielt haben. Im Großen und Ganzen habe ich meinen Wunsch, die ihm beisammen. Vielleicht kommt es auf der einen oder anderen Position noch zur Änderung. Die Zeit des großen Empzellimentierens ist vorbei. Jetzt geht es nur noch um die Feinabstellung. Jeder Spieler müsste wissen, wo er Wann hinzulaufen hat und wo sein Mitspieler den Ball spielen wird. Es ist ja so, es sind eine ganze Reihe von Leuten in meinem Kader, die nicht oder nicht viel schlechter sind, als die, die heute gespielt haben. Das stimmt auf jeden Fall. Wirksle mir doch einfach mal das Thema. In welche Richtung, glauben Sie, wird sich der Fußball in den nächsten Jahren entwickeln? Wir brauchen dringend Regeländerungen. Es müssen mehr Tore fallen. Die Dinger müssen breiter werden. Ich sehe Männer in Nadelschleifen. Ich sehe den Chef der Macherei ohne Ende. Ich sehe dumme Werbespots. Mir reicht es bald. Sehr schön. Vielleicht erinnert sich da ein oder andere von euch noch an den Werbespot mit Lars Ricken damals. Als nächstes wird wohl dafür gesorgt, dass es keine Absteiger mehr gibt. Das ist der erste Schritt, damit wir endlich langfristig planen können. Ja, sehr lustig. Aber ich finde das mit den dummen Werbespots noch besser. Bei all dem Stress als Trainer muss man sich da eigentlich irgendwie besonders ernähren. Diese Frage hatten wir ja zum Glück nur in jedem dritten Interview oder in jedem zweiten Interview. Meine Haushälter kocht ganz hervorragend. Da werde ich sehr verwirrt. Eine hypothetische Frage. Stellen Sie sich vor, einer Ihrer Spieler würde interne Ausplaudern vielleicht sogar einen Tagebuch über die Saison veröffentlicht. Wie würden Sie reagieren? Ich kann meine Spieler nur warnen. Wer auf eine solche Idee kommt, der kann seine Sachen packen. Und wenn er 200 Länderspiele hätte. Die meisten meiner Spieler sind sowieso zu blöd zum Schreiben. Wir haben nichts zu verbergen, aber der Spieler könnte schon mit einer saftigen Geldstrafe rechnen. So ist es. Damit wählen wir dieses Interview am besten. Okay. Und dem schließe ich mich doch einfach mal an. Damit, liebe Zuschauer, beenden wir diese Folge am besten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und gucken wir mal, ob wir in der nächsten Folge die Tabellenführung behalten können. Ich bin gespannt. Ihr hoffentlich auch. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.